Herzlich Willkommen Leute zu einer neuen Runde! Fortnite Battle Royale mit der Gang und Siri, die gerade angegangen ist. Ich hab irgendwas gehört. Wie geht's dir, Siri? Auch noch bei. Bei Fortnite Battle Royale springt ja auch immer an. So waschen wir in der Runde von Fortnite wieder. Spiel ich auch gerne. Viel Glück. Es wär so geil, so random Texte. Viel Glück. Steht einfach auf deinem Handy. Sagt dir mal deine Stats, wenn du stirbst. Ja die sagen wo du rausspringen sollst. Mit Fortnite Tracker, deine Statistik hat sich verschlechtert. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Das wird sich mit Sicherheit machen lassen. Ja, das glaub ich auch. Ich bin auf der Simple Disco Dance Floor. Denkt dran, da ich hier schön die Paletten abbau. Das ist ne Tonne an Paletten. Sind wir echt alleine gesandt? Anscheinend. Ich hab hier wirklich keinen gesehen. Okay. So Leute ich kann einen noch. Hier ich hab Mini Schildtränke. Ich hab große Schildtränke. Die Party. Ist am Laufen. Ich komm nochmal raus. Ich hab Sticky. Obwohl die brauch ich für die Quest vielleicht. So. Habt ihr was? Ich hab Medipack. Ich würde stacken. Ich dropp hier Mini Shields. Hab sie hier rausgedroppt. Ihr seht sie dann. Die Kiste da oben auf dem Fernstein drauf. Oh das sieht aus wie die. Oh das ist die Factory. Die alte. Oh. Werde keine Zeitreise mach ich. Ich hab immer so ein bisschen hier auf die Straße gelegt. Die Schildtränke sind vier. Das heißt da könnten zwei von. Ja ich kann mitbringen für den anderen. Auf 50 gehen. Ich hab ne AK. Unten. Willen wir eine? Ne. AK hab ich. Sind ja Disco Kameras. Ich hab auch noch 3 kleine Tranky Trues. Lol. Wer hat hier gegen den Zaun geschlagen. Bei mir ist einer. Safe. Äh Westen von mir. Ich seh. Der hat grad Zaun kaputt gemacht. Unten. Hab ihn. Hab einen. Der hatte noch nichts. Der hatte noch nichts. Noch einen. Ich bin jetzt drin und ich bin nur drin. Ich bin nicht drin. Aber ich hab Angst dass der gleich aufkommen wird. Ne ne wird nicht aufkommen. Ich hab keine Angst wir sind da. Ok. Großer Schildtränke noch Alex. Ich nehm ihn mal mit. Gib ihn dann gleich. Äh. Komm mal mit danach. Also wenn der hier. Ja komm. Er hat nichts. Anscheinend ist er alleine. Aber er kriegt das halt ob er irgendwas wäre. Ähm. Warte ich dropp die großen Schildtränke. Zwei stück sind das. Sprittet halt die fair auf. Was piept hier? Ja. Da liegt nur ein kleiner und dann gruppe ich gleich den großen. Ja. So. Äh. Was willst du Alex? Mal gucken wer es kämpfen euch da. Großer Schildtränke. Ich nehm's den mit. So. Hier. Capuzzo soll den großen Schildtränke im Trinken. Wo ist er? Und er hat den. Jo. Also die anderen Bobos. Trink grad. Ich kenn den. Ich kenn den. Oder was meinst du? Die Figur? Ja. Welche Figur? Na gucken ob Capuzzo den kennt. Ne. Capuzzo dürfte den nicht kennen. Wer ist das? Achso. Ja. Okay. Da hat der keine Art wieder. Ja vielleicht ist er weggerannt. Direkt. Ne. Der hat nix. Schau dir mal auf die Map wo man sieht wer wo lang gelaufen ist. Obwohl man das ja theoretisch könnte. Äh. Du siehst ja glaub ich alle Gegner auf der Map wenn du im Replay kuckst. Bei Hand hätt ich das gern. Ne. Es gibt ein ähm Radius. Ja okay. Aber um dich rum müsstest ihn ja dann. Also er. Ihn müssten wir ja sehen. Ja. Oh ne grüner AR. Ne grüner AR seh ich da hinten auch noch. Genau. Okay das Hillbilly Dorf hat auch keiner geloodet. Und die grüner AR nicht. Also ich lass dir ihn. Falls hier einer will. Ich seh mich drin. Ist das auf dem XXL Stuhl. Hab ich gerade was gemacht? Guck mal. Noch mal ein großer Schild sagen. Ich versuch den euch runter droppen zu lassen. Alex braucht noch. Alex hier pass auf. Wo ist der? Ja fällt gerade runter. Achso von dem Stuhl da. Ja. Einen. Hier ist doch ein Automat. Habt ihr genug Mazda vielleicht welche? Na ich hätte zwar genug Mazda um was zu kaufen. Aber danach hab ich nichts mehr. Wer zu wissen kann. Ist eh nur ein Grauer. War ein Grauer? Ja ja. Ist nur ein Grauer. So. Wo sind die Boys? Gehen wir nach Shifty und Tilted? Oder was was? Ja. Wir gehen jetzt hier langsam hoch. Müssen wir ja eh. Ach. Und dann. Aber da oben links. Ist glaub ich das Dach auf. Obwohl das sieht echt strange aus. So. Ist da gar nicht weggeploppt da hinten durch den 330? Ja da achte ich auch zu selten drauf. Eigentlich ganz gut. Oben rechts wird schon hoch gebaut. Also von Shifty nach Tilted. Ja. Ja ja. 42 Leute leben nur noch. Das ist eigentlich. Eigentlich ist es noch relativ viel. Naja aber schon mal wie groß die Zone ist. Ja. Die erste Zone. Ich dachte gerade hängt einer hinterher. Gerade auf die Map. Oh hier hat auch einer hoch gebaut. Gucken wir mal ob die vielleicht noch leben. Die könnten ja auf Tilted schießen. Mh. Ja. Aber links hat auch hoch gebaut. Ja also von. Irgendwo müssen. Also du baust ja. Irgendwas hast du ja vor wenn du hier hoch baust. Ja klar. Auf jeden Fall haben wir viele Akassi in der Runde gerade. Stimmt. Eck wieder runter gegangen. Und dann liegt noch eine. Wo sind's denn? Ah wo sind die Bub's? Haben die den Weg runter gebaut? Anscheinend. Aber nein nein haben sie nicht. Weil du kommst hier relativ gut selber runter. Aber. Wie lang kann das schon her sein? Ja wir müssen die finden. Wir müssen. Taktisch. Die fährt er auf. Genau die fährt er auf. Ja der wird hier runter geslidet sein. Ja damit er keinen Schaden bekommen hat. Oder es war ihm egal. Und er hat Schaden bekommen. Jede getreten ist krass. Man sieht keinen. Kein Blutfleck oder so. Da unten liegt Loot im See. Ich glaube er hat Fallschaden bekommen. Und ist gestorben. So den Fall haben wir gelöst. Im ersten Fall. Ja er ist dahin gekrochen noch. Im ersten Fall. Er war gedown und ist so weit gekommen. Bis er verblutet ist. Genau. Das war der Maid von dem ersten den wir erschossen haben. Nice. Äh unten links. Ja genau. Hinter dem. Da läuft er auf der Straße. Den hätt ich haben können. Den anderen hab ich auch getroffen. Aber der hat noch Schild. Ja. Der wird aufheben. Äh mittenlaufen. Ne der hebt nicht auf. Ja ich hab ein bisschen angenaded. Ach come on. Einer von uns hat kassiert. Ja ja komm dran. Relativ weit oben schon. NW. Hat sich eingebaut. Ich dachte auch ich hab kassiert. Aber ich hab nicht kassiert. In der Stadt ist noch richtig viel Action. Okay. Lass uns safe. Wir können von oben spielen. Wir haben ja ein bisschen was. Ja ja. Okay. Dann äh hier unten. Einer geht runter gerade. Da drüben ist einer. Ähm. Port of Fort in der Arena. Ja das. Sniper rechts. Ja Port of Fort. Ries auf mich. Der Port of Fort Sniper. Hat kassiert. Port of Fort einer down. Wer baut unter mir? Alex okay. Gut. Port of Fort wird halt gepickt. Der eine den Kunde angedownert wird gepickt. Gerade eben. Ja der da unten. Wir müssten links rumlaufen. Dass wir links vom. Genau. Dass wir aber noch oben bleiben. Also. Wir können gerne auch wieder runter gehen. Und dann wieder hoch kommen. Die haben auch ein Port of Fort gebaut. Das heißt. Die werden sich da erst mal drin heilen. Und so. Aber das steht scheiße. Ach. Okay. Jetzt sind wir. Hier sind sie schon. Vor uns. Wow. Fucking hell. Direkt close unter uns. Sehr gut. Einer trillt weniger. Ich guck mal. Dass ich da oben die Sniper sehe. Achtung. Guck mal. Kapuze. Da ist der doofen Baum. Kapuze. Ja die Sniper. Der Sniper hat nen Headshot gekriegt. Sehr gut. Sind leider zwei. Einer pusht euch. Von wo? Äh. Geradeaus. Ich hab den gefinished. Das war Port of Fort. Es haben zwei euch gepusht. Er ist über mir. Da sind zwei. Eine Frau. Ein Void. Ja hinter mir ist einer. Hab den Void. Ja hab ich. Ich hab gebaut. Ich hab gebaut. Ich hab dich. Haben wir den Void? Ne du bist da durchgegangen. Ja die sind eh. Also meiner ist ja auch gestorben. Ich hab Alex. Haben wir Medix für alles. Ich hab Medipack hab ich. Ja Alex komm her. Ja Alex ist down. Bring. Ja ich wollte. Ich bring den Alex immer alles. Okay. Steht. Hey Bob. Die oben auf der. In der Mitte sind immer noch da. Wer hat hier den Sniper nachgeladen? Ihhh. Ne ich glaube nicht. Gibt's hier den Sniper? Oh Mist. Ich hab keine. Haben wir viel Baumanns habt ihr gelootet. Ihr habt ihr ja gekillt und gelootet. Ich hab fast nichts. Ich hab mirsinnig viel Holz. Und das kann ich. Ich kann. Bin da. Danke. Einer ist übrigens runter gesprungen. von denen. Ich weiß nicht ob der wieder hochgegangen ist. Oben drauf ist noch einer. Jetzt runter. Die gehen beide runter jetzt anscheinend. Sind zwei Stück unten. Äh. Unten in dem kaputten Haus mittlerweile. Ja. Ist im Badezimmer drin. Da kommst du auch so schnell nicht raus. Noch angenehm. Da baut sich hinten raus. Nein er ist noch drin. Jetzt ist er raus. Mist. Vorsichtig. Die Frage ist was macht der andere. Ist der safe runter? Er baut hier ab. Die Treppe. Raketenwerfer. Scheiße. Das war's echt du? Das war ich. Ja ja das war ich. Der ist der. 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 Links. Lagerfeuer. Hält ich mal. Lagerfeuer. Setz ich dir gleich direkt dahin Kapuze. Habe ich ein Dach über mir? Ja. Lagerfeuer steht schon mal. Danke. Okay. Der ist aber schön warm. Danke. Wie sieht es mit Raketen aus? Raketen habe ich keine. Wir müssen hoch irgendwie. Wir fliegen bei mir. Ich baue hoch. Wo bist du genau gewesen? Ich habe keine Matzen mehr. Das ist super scheiße. Hast du die Raketen aufgehoben Kapuze zufällig? Ja. Ich habe sechs. Leute. Wir haben den Weg nach oben. Du musst alleine. Ich. Kannst du nicht einfach meinen Weg nehmen? Ich habe extra so gebaut, dass man. Ich mache, wenn ich beschossen werde. Wenn ich keine Matzen habe. Ich habe eingedauert. Ich habe einen gedauert. Ich habe einen Sticky von unten. Okay. Turn weak. Turn weak. Einen habe ich gedauert. Den rechts habe ich gedauert. Ja. Noch einen. Oder ne habe ich nicht. Sticky. 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 Wo muss der Sticky. Scheiße. Ich falle runter. Ich muss nach unten. Ja oder? Mach. Okay. Oh shit. Ich habe den. Ich habe keine Baumarts. Komm mal in meine Ecke bitte. Ja klar. Ich bin genau bei den Gegner. Kommt hier nicht runter. Hier sind 100 Gegner. Ich würde. Das ist da. Ich höre so viele Hits. Ja. Ja. Oh. Haben. Schön. Bei mich. Du hast du nicht. Hab ihn. Ich habe einen Jumphead. Ich heil mich erstmal. Ich hebe. Ich hebe. Ich hebe was auf, damit ich mich her kann. Ich sage. Ich komme nicht runter. Kapuze springt erstmal. Ich habe ihn gekillt. Das waren drei Teams. Das ist gut. Ich brauche wieder Baumarts. Wenn ihr was überhaupt habt. Jetzt habe ich was. Okay. Da. Komm her. Da ist Kapuze. Habt ihr dann? Ja. Holz habe ich. Pass auf. Mir gehts auch. Ich habe auch noch Stein. Ich habe 900 von allem gehabt. Also pass auf. Ja ja. Okay. Ich bin mehr als gut. Nimm du damit du auch was hast. Ich habe jetzt 400 Holz. 250 Metall. Ich habe auch mehr als genug. So. Haben wir noch irgendwas zum. Heilen. Bandagen habe ich. Droppe ich. Ne. Schildern noch sowas. Bandagen habe ich. Hab ich nichts. Aber die muss doch. Schlüssel. Wo? Ja ich sehe sie auch. Ja ich sehe sie auch. Ja ich sehe sie auch. Einer ist getroffen. Up and down. Ja das war der genau. Hast du das Jump Pad Kapuze? Ja ja ich habe das Jump Pad. Wir sind zu uns im Low Ground. Die werden. Ich weiß nicht ob die von einem anderen Team gepusht werden. Nein. Ich gehe rechts lang. Kapuze kannst du mir hier das Jump Pad hinstellen wo ich bin. Ja warte ich komm. Ich soll sie einfach hinstellen? Ich schon ready? Okay. 3, 2, 1, 4. Komm mit dir. Ja hier hoch auf die Ecke. Die hauen ab. Der ist noch nicht ganz weg. Schieß auf den linken. Der muss sich heilen. Genau. Der der wird sich heilen. Hinterher. Nein. Alles gut ich komm zu euch. Hinter uns fliegt noch einer. Das war ich eigentlich denke ich. Da unten Kapuze mehr naden. Ich habe nur zwei. Ich werde irgendwo anders besnipen. Ja Achtung die Granaten kommen zurück glaube ich. Ich bin aber noch rum. Ich bin noch rum. Ich schaffs noch. Ich schaffs noch. Ich schaffs noch. Ich krieg da runter. Okay bin ich bin ich bin ich. Fuck it. Das ist ein. Ich beschütze die andere. Ich schaffs mich. Hier hab einen. Und ich kommt an Alex. Ich hab zwei. Ah okay das war ein Team. Ich hab davon einen. Okay ich bin. Ja ja ich komm. Soll ich runter kommen? Ich glaub vom Berg werden wir beschossen. Sniper. Ich bin da ich bin da. Warte. 6 AP. Ich komm da nicht rein. 4 AP. Ich komm da. 2 AP. Nein. Ich konnte die Treppe nicht bearbeiten weil die in der Erde war. Also ich kam an die Treppe nicht dran. Es tut mir so leid. Wo sind meine Bandagen hin? Hat jemand noch Bandagen? Ich hab welche ja. Hier liegen aber welche hinter der Wand. Nur die hinter der Wand. Habt ihr noch ein Lagerfeuer? Ich hab nicht viel Mats gehabt. Lagerfeuerwehr? Oder Schildtränke? Ich hab nur Waffen. Also nur Mats. Mats hab ich wahrscheinlich. Ich kann putzen. Jump it. Ja ja. Leute. 2 Leute. Oh 3. Die haben High Ground. Sonst. Braut sich hoch. Ich hab eh so viel Mats. Wir müssen erstmal weg. Bauen. Äh. Nochmal. Nochmal jump it oder? Hast du auch eins Alex? Fuck. Ne. Ich hab's nicht gezündet. Die Wand. Hast du dich selber gekillt Kunan? Ja. Ich wurde weggesnack von hinten. Ja die pushen jetzt. Sind das die einzigen die auf uns schießen? Da kam irgendeine Wand. Die hinten vom Berg auch noch. Der hat mich gedauert von hinten. Jetzt kommen sie an. Ja. Über uns. Über uns. Da solltest drüben bleiben. Ja ich hing an der Ecke. Da ist ne Ecke. Da sind sie. Fuck. Oh da ist einer. Die finishen uns einfach. Hol ich sie? Ja ja. Finisher? Ne. Jetzt finishen sie nicht mehr. Ja. Viel geil. Die Waffe ist auf. Schutze in der Entfernung echt schlecht. Ich bin noch mehr als 4. Hier. Ich leben nun. Ja. Es leben 4 Gegner. Da hinter der Wand ist einer. Genau. Hinter der Steinwand war einer. Kannst du dich heilen vielleicht kurz? Nein. Kann leider auch nix. Bei mir ist wieder einer. Wow. Vielleicht überlebst du's in dem du am früh bist. Gehen lässt. Ich muss noch n einzelner leben. Na der weiß nicht. Finishing. Der hat kein Leben mehr. Ich bin noch nicht mehr. Ich bin noch nicht mehr. Der hat kein Leben mehr. euch trotzdem gefallen. Ich will mich selber im Support von das. Like, schau mal einfach mal. Bis dann, macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.